Guten Tag, ich bin der Herr, wir haben uns in der Hausaufgabe und wir haben uns heute das Thema, was und wann das Land geht und wann ist das Erwartung, wann sind die Monatsfeste und die Griechen Feste, die es für die Projekte verhalten ist, beziehungsweise es auch für die Projekte verhalten ist. Erstmal stellen wir mich klar, was ein Neumut ist. Ein Neumut ist ein Grund, der zu nur aber nur Prozent, bestenfalls nicht zu sehen ist. Das heißt, es ist kein Grund, sondern es ist nur ein Neumut, weil sie sich dann quasi austauscht. Das heißt, am besten du hast hier nur Prozent der Kartezielle, die heißt Defun oder Defun. Es gibt mehrere Apps allerdings in der Sicht der Mütter. Und das tun wir uns hier auch richtig drauf, mit was du hast, wenn wir zum Chat-Pelty zum Schmacken. Sondern wir gehen hier ausschließend, wenn wir noch gerade schauen, wie wir auszutreiben, da eben zu finden. Wenn du hier schaust, zum Beispiel, hast du mal 20,5 Tage etwa für einen Monat. Aber wir gehen hier nach den hebräischen Verständnissen und gehst du aus einem Kalender. Deswegen hast du auch hier das Wort Kadash in Palo-Gebräisch. Und das heißt so viel wie the Lunar Month. Monthly, the first day of the month. The Lunar Month, alright? Also wenn du jetzt Lunar-Monat eingibst in Wikipedia, dann bist du auch zum Thema bis zum Plan. Wie gesagt, konzentriert hier auf die Bibel und auf das Einkommen des Schändens. Also irgendwas da vielleicht nicht zu verstehen. Okay, wie gesagt, es hat nichts mit es oder einem Kalender zu tun. Und auch nichts mit, wir wissen jetzt exakt, wann im nächsten Monat ein bestimmtes Fest ist. Weil es wird sich erst herausstellen, je nachdem, ich habe jetzt hier zum Beispiel die App. Wenn wir schauen, okay, hier siehst du, du musst kurz das Bild wegmachen. Hier siehst du zum Beispiel 0,0%. Wie gesagt, das ist der beste Fall. Und wenn wir zurückgehen, dann schau siehst du jetzt das Datum oben in der Zeile. Und wir gehen zurück, 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 zurück. Okay, das machen wir jetzt bis wir beim nächsten Neumond sind, okay? Der Ausgangspunkt ist hier Berlin, Deutschland. Wie gesagt, man muss nicht nur auf die Ältesten in der Postel oder irgendwelche Brüder schauen, die da das hochladen. Du kannst eigentlich für dich selbst schauen. Je nachdem, wo du heute bist. Okay, und wenn wir jetzt hier hingehen, dann haben wir jetzt etwa 29 Tage, bis wir bei einem Mond von 0,2% sind, okay? Und das ist der letzte Neumond gewesen, okay? Wir haben hier Berlin, okay? Also das wäre so der letzte Neumond, okay? Wir haben jetzt Untergang gehabt von Freitag auf Samstag. Also diesen Monat war Neumond von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, okay? Woher wissen wir das? Wenn du in die Bibel schaust, dann hast du ja ganz klar im hebräischen Verständnis, alles klar. Genesis 1. Mose 1, 31 Und Gott sah everything, that he had made, and behold, it was very good, and the evening and the morning were the sixth day. Also auf Deutsch übersetzt, weil wir immer die King James Version benutzen, von Israel Medieval, bestenfalls. Und Jehoah, oder die Kräfte, also Jehoah, beziehungsweise die Kräfte in der Mehrzahl, also die Götter, sahen alles, was sie geschaffen haben. Wir sahen, es ist Gott selbst, die Engel und die 144.000 und Jehoah Schei, der Sohn Gottes, was sie gemacht haben. Und Behold, it was very good, das war sehr gut, and the evening and the morning were the sixth day. Also sprich, es wurde morgen, weil es Abend wurde, siehst du, and the evening and the morning were the sixth day, der sechste Tag. Wir könnten jetzt hier auch zum fünften, zum vierten, was auch immer gehen. Deswegen, es kommt darauf an, dass wir jetzt hier auch darauf hinaus wollen, was heißt es, wenn der nächste Tag beginnt. Das heißt, dass der Abend begonnen hat. Das heißt, sobald der Abend der Sonnenuntergang ist. Wenn du in Google zum Beispiel deinen Standort eingibst, Sonnenuntergang zum Beispiel jetzt, wo ich bin, München, dann siehst du exakt auf die Minute genau, das kann dir eh so sagen, wann Sonnenuntergang ist. Und das ist auch dann so. Ein gutes Video bei der Thora-Playlist. Ein Bruder hat einen Videotuber hochgeladen, dass er das also auch beobachtet bei ihm auf dem Balkon. Dann siehst du genau, wann die Vögel auf den Bäumen sind und die sind auch keine Minute eher oder später auf den Bäumen, als wie der Google da normalerweise angeht heutzutage. Also sprich, du hast schon eine genaue Angabe, was das angeht. Aber wie gesagt, was die monatlichen Equation, Festtage etc., unsere Zeiten angeht, das kannst du nicht vorausrechnen, weil Howard es so geschaffen hat, dass du nicht wissen kannst, wann der Neumond ist. Versuch's, das wirst du nicht herausfinden können, weil der immer anders sein wird. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt in so vielen Tagen und das ist mit Absicht so gemacht. Deswegen lesen wir weiter im Psalm 81 3, äh 81 3, Blow up the trumpet in the new moon, also sprich, benutzt eure Hörner am bestenfalls, okay, am Neumond in the time appointed on our solemn feast day. Also welche Zeiten ihr da also feststellt, indem ihr den Mond beobachtet, wie bereits erwähnt, zu unseren Festtagen, okay. Und wir schauen uns noch andere Bibelfers an. Psalm 89 3, äh 37, It shall be established forever as the moon, and as a faithful witness in heaven, selah, okay. Sehr interessant. Und es soll aufgestellt werden, sozusagen der Mond und die Sonne, Mond und die Sonne. Die Scripture sagte was von, die Sonne freut sich jeden Tag darauf, ihre Bahn zu laufen, okay. Es soll für immer gesetzt sein, der Mond, and as a faithful witness in heaven, ein Zeuge im Himmel. Das heißt, wenn Sabbat ist, dann ist Sabbat, der Mond hat es bezeugt, okay. Das heißt, es gibt keine Fehlfeststellung oder sowas, das gibt es alles nicht, weil Jehova den Mond und die Sonne perfekt hingesetzt hat und du quasi als ein Zeichen das für dich da hast, okay. Also wie gesagt, komplett unabhängig von Essos, ein Kalender. Außer natürlich, wenn wir danach gehen, zum Beispiel jetzt, du zählst jetzt zum Beispiel sieben Tage ab, okay, dann musst du halt dir sowas wie ein Kalender zeichnen, um das machen zu können, okay. Weil du musst ja dann auch weiter wissen, okay, wann ist der Sabbat, okay. Weil ein Neumond ist quasi wie ein Sabbat, aber es ist nicht ein Sabbat, verstehst du? Weil es gibt nur die wöchentliche Sabbate natürlich, dazu natürlich auch weiteren Videos. Und dann gibt es halt den Neumond, welcher als ein Sabbat ist. Das heißt, du darfst nicht kaufen, verkaufen, nicht schwer tragen, du darfst nicht arbeiten, theoretisch gar nicht, okay, ist eigentlich Todesinnung und so. Und du darfst keinen Sex haben, weil Sex gilt als, ja halt, sozusagen Spaß, was der nicht für Yahawa in erster Linie gedacht ist. Kann man sagen so, okay, ja, wir geben es uns, weil wir jetzt Yahawa da eine Freude machen wollen, wir uns besonders lieben, das ist alles Schwachsinn, in erster Linie ist es Pleasure, alles klar. Und danach vielleicht irgendwann mal so, okay, weil die Natur so schön ist an Sabbat und so, sogar die Tiere wissen, dass am Sabbat sozusagen Ruhe ist, verhalten sich dann so, wenn du mir glauben willst, okay. Und so weiter und so fort, aber glaub mir, sowas ist auch verboten, okay. Dazu hast du sechs Tage immerhin. Gibt da noch mehr so in dem Bezug, aber ist nicht das Thema so. Und wir lesen weiter, also wenn zum Beispiel die Frau ihre Tage hat und sowas, dann darfst du sie nicht anfassen, bis ihre Tage um sind und so, okay, weil sie da unrein ist und so weiter und so fort, aber es hat alles nichts mit dem selber zu tun. Also sowas nicht irgendwie da jetzt anbeten oder sowas. Wie gesagt, der Mond und Sonne ist nur da, um uns nicht zu geben und der Mond vor allem, um, dass wir die Zeiten bestimmen können, okay. Dafür ist der Mond da. Alles klar. Und die Sonne, damit wir Licht haben. Also wir haben nicht auf die Idee kommen, was viele Heiden erzählen machen. Und dann kam Genesis 1,16, also erste Prognose wieder. Und Al-Ahaim machte zwei große Lichter, Mond, Sonne und so. The greater light to will the day, das größere Licht, die Sonne, um den Tag zu regeln. And the lesser light, den Mond, to will the night, um die Nacht zu regeln, okay. Ist nicht schwer zu verstehen, wieso wir also hier danach gehen, okay. Psalm 81, blau jede Trumpet, haben wir schon gelesen. Jetzt lesen wir die Sache 623. Endlich.com to pass. Es soll geschehen. Von one new moon to another and from one Sabbath to another. Von einem Neumond zu einem anderen und von einem Sabbat zu einem anderen. Wie gesagt, wir haben einmal in der Woche den normalen Sabbat, welcher dann immer an dem Tag ist, wo du es eben festgestellt hast, am Neumond für den ganzen Monat, wie gesagt, zu 29, 29 Tage, sowas rum. Okay. Weil dann hast du erstmal viermal diesen Tag als Sabbat in den Wochen zwischen dem nächsten Neumond. Okay. Aber wie gesagt, du kannst nicht sagen, okay, jetzt nehme ich, jetzt tue ich gleich die nächsten drei Monate vorberechnen oder sowas. Es geht nicht. Weil schlicht und ergreifend der Mond nicht so eingesetzt ist, dass es funktionieren würde. Okay. Das heißt, die Haubas Zeitrechnung wieder mal perfekt und unfehlbar. Okay. Shall all flesh come to worship before me, said Jehovah. Soll alles Fleisch von mir loben und beten oder anbeten. Also die Priester und so damals, das kontinuierliche Brandopfer darbrachten. Also die freiwilligen Opfergaben sozusagen. Das wurde damals im Sabbat gemacht. Okay. Wir haben heute keine Opfergaben. Unsere Opfergaben ist Jehovah Shai, welcher zu Rechten des Vaters sitzt und dafür uns die Gebete mit den Erzengeln, Erzengeln sage ich ja, mit den sieben. Gemäß dem Buch Turbid, glaube ich, sind es sieben Engel noch, die da also auch mit beteiligt sind. In erster Linie ist es Jehovah Shai, der da einsteht für uns, weil wir durch ihn Sündenvergebung haben. Okay. Und wie gesagt, der Engel halt auch nur Befehle ausfüllen sozusagen. Okay. Das heißt, wir hatten hier schon mal geklärt, paar Scriptures, für uns hier ganz klar etwas aufzeigen. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die Erklärung in einem Bild zusammengefasst. First quarter, waxing, crescent, new. Okay. Neu. Wieso neu? Weil du nichts siehst. Du siehst keinen glänzenden weißen Mond hier oder sowas, sondern du siehst komplett nichts. Was so viel heißt, das ist neu. Okay. Weil der neue Monat wird eingeleitet. Okay. Und der neue Mond wird sich sozusagen herausstellen für eben den Monat, bis eben dann der nächste neue eintrifft, wie wir somit wissen, wann die nächsten Feste etc. sind. Okay. Also hier ganz klar das Verständnis hoffentlich. Okay. Wir werden auch gleich zum Kalender oder sowas gehen, das können wir kurz aufzeigen, wenn es geht. Zweiter König, 423. Und er sagt, wherefore will thou go to him today? It is neither new moon nor sabbat. And she said it shall be well. Also sprich, willst du zu ihm gehen heute oder sowas. It is neither new moon. Also es ist nicht Neumund nor sabbat. Auch nicht sabbat. Verstehst du? Okay. Okay. Wieso? Weil du an den zwei Tagen nicht irgendwie da kurzartig spazieren gehen sollst. Okay. Du sollst an Sabat soll man ruheln. Okay. Du kannst in die Gemeinde und so. Aber du sollst jetzt hier nicht irgendwie mehr als einen Kilometer oder so. Du sollst eigentlich gar nicht irgendwo hingehen, wenn es nicht für die Gemeinde ist. Fertig. Okay. Du kannst natürlich spazieren gehen und sowas. Aber wenn, dann um das Wort Gottes zu lernen. Okay. Okay. Du kannst die Natur genießen und sowas. Aber du sollst ruheln. Okay. Du sollst es da schon gar nicht tragen, schon gar nicht holz haben. Okay. Da gibt es ein Beispiel in der Tore, wo es einer gemacht hat und der wurde dann gesteinigt. Okay. Wieso lesen wir sowas? Weil es ja aber wichtig ist, dass du diesen Tag heiligst, weil er ihn geheiligt hat. Und wir es also auch machen sollten. Ganz klar. Jesaja 66, 23 endet schon. Außerdem wird es auch im Königreich Gottes wieder gehalten. Also kann es schon sowieso für manche, die denken, es sei da abgeschafft oder sowas. Jesaja 66, 23 endet schon. Haben wir schon gelesen. Okay. Ah. Saying, when will the new moon begin? Amos 8 und 5. Wann wird der Neumund vorbei sein? That we may sell corn. Dass wir Korn verkaufen können. Ah. Okay. Was wir hieraus lernen ist. Okay. In den Propheten. Dass sie also sich gewünscht hätten, dass der Neumund schon vorbei wäre. Welcher als Sabbat gilt, wo du wie gesagt nicht kaufen, verkaufen etc. kannst. Okay. Dass sie wieder Korn verkaufen können würden. Okay. Weil sie halt da Geld gebraucht haben. Oder halt einfach nicht sich an die Geburt halten. Und so. And the Sabbat. Okay. Sonst würdest du hier nicht so quail und hier sowas von dich geben. And the Sabbat that we may set forth wheat making the ether small. Und der Sabbat. Und der Sabbat. Also auch der Sabbat. Okay. That we may set forth wheat. Das wir hier wieder verkaufen können. Sozusagen. Making the ether small and the shekel great. Shekel ist eine alte Währung. Bibelische Währung. And falsifying the balances by the seed. Okay. Übersetzt heißt es so viel wie. Also sie haben sich halt sozusagen hier aufgelehnt sozusagen. Weil sie sich gewünscht hätten, dass sie jetzt wieder Geschäfte machen können. Verstehst du? Geschäfte. Ähm. Ähm. Und der shekel groß macht uns gleichgewicht durch täusch und gefälscht. Äh. Wie auch immer. Jedenfalls. Müsst man jetzt den Kontext lesen. Aber wir können hier ganz klar sehen. Okay. Hier ist es. And the poor and the fair. That we may buy the poor for silver and the needy for a pay of shoes here. And sell the refuse of the wheat. The Lord had sworn by the excellency of Jacob. Welcher Name später zu Israel umgenannt wurde. Die Abkömmlinge Jakobs sind nämlich die griechischen Israeliten. Und die einzigsten. Keine Heiden. Und so. Surely I will never forget any of their works shall not the land tremble for this. And every one mourn their toiletry in. Also wir sind hier in Amos. Wie gesagt. Ähm. Gibt's glaube ich auch in Nechamir. Ähm. Gutem Vers. Der äh. Uns da zeigt. Dass sie sich irgendwie da den Sabbat äh. Da wegwünschten und so. Und dass sie wieder äh. Verkaufen und sowas können. Oder. Die haben auch irgendwie was in die Stadt getragen die ganze Zeit. Und dann kam Nechamir. Und hat sie da also. So richtig. So richtig äh. Äh. Klein gemacht. Okay. Weil sie da sowas nicht machen sollten am Sabbat. Wie gesagt. Schwer tragen. Geht nicht hinzu. Okay. Äh. Hast du überhaupt gar keinen Grund vor allem. Schwer zu tragen am Sabbat. So. Ähm. Ähm. Dann lass uns mal. Kalender. 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 Aber das siehst du schon. So wie heute auch. Die Leute die sowas nicht halten wollen. Die Brotung abgeschafft und sowas. Die haben keine Ahnung. Sind heilen. Und gehen verloren. Und werden zerstört. Okay. Dann lass uns hier ein einfaches Zahlensystem. Also sprich. Du hältst dich natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel äh. an diesem Tag. Den Neumond. Weil der Neumond dann schon eingeleitet ist quasi. Äh. Bibelkittels. Okay. Gregorian Dates. Also hier hast du hier zum Beispiel den Gregorianischen Kalender. Okay. Jetzt sagen wir mal. Du gehst jetzt hier. Du hast jetzt hier den Neumond am 29. Kann. Du hast jetzt hier den Neumond am 29. entdeckt. Genau. Das heißt. Du hast jetzt hier den Neumond. Okay. Okay. Ab Abend. Okay. Ab Abend ist der neue Tag. Das heißt. Du hast einen Tag lang. Bis zum nächsten Abend hast du Neumond. Was als Sabbat gilt. Wo du die Trompeten. Was. Äh. Was du. Das sind keine Trompeten. Äh. Äh. Das hast du dann? Den ganzen Tag über. Okay. Da hast du den Neumond. Okay. Und äh. Das hast du dann? Den ganzen Tag über. Okay. Da hast du den Neumond. Okay. Und dieser Tag ist dann eins. Wenn wir mal. Du hast jetzt hier am 29. den ganzen Tag den Neumond. Und ab da zählst du sechs Arbeitstage. Und dann hast du ein Sabbat. Weil der siebte Tag. Lesen wir in der Bibel. Ist ein Sabbat. Das heißt. Du hast sechs Werktage immer. Danach kannst du gehen. Weil dann weißt du automatisch wann der Sabbat ist. Weil wie gesagt. Wenn du von Abend zu Abend gehst. Sagen wir mal. Du hast 29. bis 30. Abend. Hier die zwei jetzt hier. Ist ein Tag. Okay. Beziehungsweise 30. bis 28. Entschuldigung. Oder hier erster. Was das ist. Okay. Ist ein bisschen schwer. Weil ich habe jetzt da kein genaues Bild. Oder sowas. Okay. Ähm. Du hast jetzt hier von 29. bis 30. Neumond Tag. Nix arbeiten und so. Weil Sabbat ist. Okay. Aber es ist ein Neumond. Auch ein Sabbat. Welcher nicht der wöchentlich ist. Dann. Gehst du eins. Erster Werktag. Arbeitstag. Okay. Gehst du eins. Dann von zwei auf drei. Oder äh. Von eins auf zwei. Wie auch immer. Hast du den zweiten Arbeitstag. Warte. Eins. Zwei. Dann von zwei auf drei. Den dritten. Von äh. Drei auf vier. Den vierten. Von vier auf fünf. Den. Äh. Fünften. Und von fünf auf sechs. Den. Sechsten. Okay. Erstmal nachzählen. Okay. Also. Sprich. Neumond. Erster Arbeitstag. Okay. Zweiter Arbeitstag. Muss ich dir denken. Dritter. Vierter. Fünfter. Sechster. Und dann. Von sechs auf sieben. Haben wir was. Da haben wir einen Sabbat. Okay. Weil du hast. Ganz egal. Äh. Wie du es. Wie du es machst. Du kommst immer auf sechs Werktage. Und am siebten Tag ist immer ein Sabbat. Okay. Ähm. Weil du musst. Sechs Tage vollfüllt. Ähm. Erfüllt haben. Um einen siebten Tag zu haben. Und einen Sabbat zu haben. Welcher geheiligt ist. Welcher abgesondert ist. Wenn du das Volk gehst. Heiligen. Heißt Absondern. Das heißt. Dieser Tag ist abgesondert. Und. Deswegen musst du ihn halten. Weil wir. Natürlich auch ein abgesondertes Volk sind. Ich meine. Die ein Drittel. Die zwei Drittel Heiden. Israels. Welche nicht Israel sind. Laut Paulus. Die werden sowieso nicht halten. Was die Heiden sind. Okay. Weil nicht jeder Israelite Israel ist. Okay. Wie gesagt. Aber nur. Dass du hier jetzt ungefähr mal siehst. Okay. Wie gesagt. Du hast Neumond. Und dann würdest du halt jetzt schauen. Okay. Ich habe jetzt hier den Sabbat gehalten. Halte ich ihn nochmal. Dann halte ich ihn nochmal. Und hier schaust du jetzt langsam. Wo der Neumond kommt. Okay. Weil du musst den Neumond halten. Und den nächsten Sabbat noch halten. Okay. Also ich hoffe. Du kannst es hier einigermaßen verstehen. Äh. Wie gesagt. So 29,5 Tage. Regulär sagt man. Aber du kannst nicht danach gehen. Weil sonst wären wir hier Esau. Äh. Oder sowas. Okay. Äh. Wir sind auch keine Heiden. Sondern wir gehen ganz normal. Wie es Siaba uns befohlen hat. Nach seinem Mond. Nach seinem Heiligen. Zeichen. Nach seinem Unveränderbaren. Unbeeinflussbaren. Äh. Und sogar irgendwo. Komplett egal wo du bist. Äh. Maßstab. Okay. Ähm. Wie gesagt. Sogar wenn du mal kein Internet bei dir hast. Kannst du schauen wann. Äh. Wann. Wann die Sonne sozusagen untergeht. Okay. Im Winter natürlich ein bisschen früher. Da würde ich einfach schauen. Wie gesagt. Aber ansonsten ist es jetzt hier kein Stress oder sowas. Nicht schwer oder sowas. Und das war es auch eigentlich schon. Nicht immer hier 0,0. Exakt immer dastehen. Äh. Scheinbar. Okay. Okay. Wie gesagt. Astrologie. Tierkreiszeichen. Sowas interessiert es sich. Okay. Äh. Genau. Aber ansonsten. Äh. Doppelte Ehre an die ältesten Apostel von Good Minister. Okay. Ich hoffe du hast es verstanden. Ansonsten ähm. Wie gesagt. Kommentarfeld nutzen. Aber ist jetzt auch nicht so schwer. Du brauchst nicht auf irgendjemanden warten und sowas. Und du kannst die Sachen selbst nachschauen. Ja. Und wir haben auch demnächst ein paar Feste anstehen. Und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen noch was dazu sagen. In Englisch wahrscheinlich eher. Aber äh. Weil auf meinem englischen Kanal habe ich einen äh. Äh. Puller von. Äh. Great Millstone. Der äh. Die äh. Lesson on. On the new moon basically. Äh. Da gemacht hat. Und noch eben das Video mit dem. Wann ist Sonnenuntergang wirklich und so. Und manche machen das bisschen später oder früher. So nach eigenen Gedanken und so. Aber damit dealen wir nicht. Sondern wir dealen nur mit der exakten Zeitangabe und so. Deswegen halt. Wann ist eigentlich Sonnenuntergang. Und der Puller hat es eben auch perfekt ausgelegt mit ähm. Wie berechnen wir die Zeit überhaupt. Wie gesagt. Da gibt es viel Gürtümer. Und auch viele Heiden. Die da das nicht so ganz ernst meinen. Ähm. Es gibt noch eine. Vers der da oft genutzt wird. Um zu sagen. Lass dich von niemandem berichten. Wegen Neumunden und sowas. Die doch neuen Schatten sind. Von den Dingen die kommen und so. Ist so ein typischer Christentum. Witchcraft Harry Potter Vers. Weil sie einfach keine Ahnung von der Bibel haben. Und Heiden sind. Und sowieso zerstört werden. Weil sie wie gesagt einfach keinen Bock haben. Fertig. Okay. Aber damit haben wir nichts zu tun. Okay. Wir sind die Hoffnungsvolle ausgewählten 145.000. Können wir das nicht machen. Äh. Tja. Ich glaube dann gäbe es keine. Kein Buch der Offenbarung. Okay. Und auch kein Gospel. Wonach wir uns halten müssen. Nämlich das einzige. Äh. Evangelium. Was uns gegeben ist. Nämlich. Äh. Von den Aposteln und Ältesten. Von Gottmülzern. Okay. Die direkt unter Jehovaschai stehen. Welcher natürlich auch hebräischer Israelit. Aus dem Stamm Judah ist. So wie Paulus auch. Und alle anderen. Die in der Bibel. Da sprechen. Deswegen haben auch wir die Wahrheit. Deswegen haben auch wir. Natürlich die Geburt. Sonst hätten wir. Vor allem. Die Wahrheit. Äh. Nicht geschnitzelt. Siehste. Also dann schon. Die Wahrheit. Nehmann. Siehste.